hallo grüße mit anderen und ein herzliches willkommen zurück hier bei jellix vermittlung von eurem jenzimon und ja ich habe mal endlich wieder die körper ausgekramt die letzten male schlicht und ergreifend auch vergessen ja aber ich werde mich jetzt nicht mehr zu vergessen und da wir gerade dabei sind ich möchte natürlich grüßen natürlich nachholen die ich natürlich auch vergessen warum auch immer die gehen raus an meine diesjährige klassen meine güte das ist so lange hakt haben habe ich jetzt nicht gerechnet und meine klassen mehr genau sie macht das ganz großartig und ich denke es wird ein gutes erfolgreich und ich denke sie bereitet uns auch gut vor also bisher hat sie uns vorbereitet und ich hoffe dass das niveau so bleibt also sowohl von ihr als auch von uns schülern natürlich aber genug das privaten und ich freue mir jetzt mal den ersten kalender raus ich habe die sieben äh quatsch die sieben die fünf doch nicht gefunden aber jetzt habe ich sie gefunden und zwar ist sie hier um nebenbei zu sagen ich habe heute ein bisschen zeit zu nachdenken um nicht zu sagen sehr sehr viel zeit zu nachdenken gehabt ich habe heute einiges und mir nach uns drinnen ist schlicht und ergreifend karamell sehr interessant schlicht und ergreifend karamell sehr interessant schlicht und ergreifend karamell auch mal was sehr schlecht und jetzt gehen wir zum nächsten kalender ich habe heute mal den kinder wieder öffnen dürfen beziehungsweise ich habe zwar den pralinen kalender aufgemacht also das sind natürlich hier vielleicht schon denken können natürlich alkoholfreie pralinen drin also größtenteils marzipan und ja auch heute habe ich mal den kinder hat wenn es kleine geöffnet und da war ich habe ich habe die sicherheit von kinder ins kalender bekommen ich habe es hier in der farbe das hat heute kein bild ein kinder country mini sehr lecker und ich habe mit meiner mit meiner mama die praline getauscht das war so ein nougat teil bin ich zwar auch lecker aber das ist eine was meiner mama gefällt und ich habe die fünf auch schon und zwar direkt über der 1 und drinnen ist schon wieder ein merci petitas nougat hasen nuss creme und crunch sehr interessant ja ich hatte heute sehr sehr viel zeit zum nachdenken also ich habe heute ich habe mir gedacht vielleicht doch nicht verkehrt und meine heutigen grüße gehen heute raus an meine ehemaligen klassenkameraden aus der schule davor also heute und zehnte sowohl heute als auch zehnte auch wenn es inzwischen 9 und 10 in kleine veränderungen gab aber macht ja nichts grundlegend war es immer noch die selbe klasse und ich freue mich über jeden der in beiden klassen drin war auch wenn es sehr sehr prägende erfahrung war muss ich dazu sagen aber ich möchte die zeit trotzdem nicht müssen weil sie einen teil meiner ein teil meines lebens ist damit teil meiner erfahrung ja und heute meine in spielung für die westlichen tag ist ich dachte mir weil es noch wochenende ist dachte ich mir warum nicht auf dem flur tanzen deshalb und wie on the floor von jennifer lopez featuring pitbull ja ich höre ich wünsche euch viel spaß beim zuhören und wir sehen uns beim nächsten mal im video beim nächsten mal dann wieder bis dahin schöner löpfen wie es heute ins kipp gehen